Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Nightmares from the Deep im Bonus-Kapitel oder Bonus-Abenteuer, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Wir haben ja hier das letzte Mal hier aufgehört und ich hab keine Ahnung mehr. Das ist ein bisschen hier. Kartenteil, Stricknadel, Laterne, Perle und Harkenhand. Hier haben wir alles gemacht, bis auf da. Da fehlt hier ein Zahl, Ziffer, Scheibe, whatever. Ich benötige etwas Scharfes, um den Deckel aufzuheben, Stricknadel. Harkenhand. Wenn ein Handhaken nicht scharf und so ist, dann weiß ich auch nicht. Gut, also. Hier fehlt Lehebel. Geht natürlich auch keine Stricknadel. Handhaken geht natürlich auch nicht. Der Schlüssel steckt von innen. Kann ich das da drunter legen? Ich kann etwas hineinschieben. Ja, da fehlt mir aber ein bisschen. Warte mal, wieso leuchtet denn das? Kann ich hier was? Ja, das kennen wir ja schon. Die kennen wir eigentlich auch alle. Die hab ich schon angeklickt. Das sind die. Ähm. Eine Trophäe fehlt. Ja, es macht sich ein bisschen Hartlosigkeit breit. Landungsbrücke. Ah, lol. Seit wann ist ein... Ach nee, da darf ich... Da will sie ja nicht mehr runter. So war das. Da möchte die junge Dame nicht mehr runter. Ich brauche etwas, um den Schlüssel wegzuziehen. Ah, die Harkenhand. Und das ist bestimmt der Schlüssel für die Tür hier. Na klar, für das Schloss war ja klar. Ah, Kapitäns... Bööö, Kajüte. Was ist denn hier los? Der hat ein paar Messer drin. Ich glaube, da hat einer Voodoo gemacht. Ähm. Ich muss hier eine Perle einsetzen. Die zum Beispiel? Uah. So, meine... Gehe für Hilfe wurde endlich gefunden. Und ich denke, es war du. Du, der bestätigte Captain Remington. Und sie hat Davy-Jones'-Curse. Alas, ich bin ein weiterer Hood-Winged-Sailor. Ich versuchte, zu scientifically prüfen die Myths über Joan. Aber insofern habe ich Davy-Jones'-Curse gefunden. Und er wurde aus, dass er eine verrückte und krügel-Creatur ist. Er hat mich hier zu retten. Pumptured by Swords. Trapped between life and death. Please. Will you find the remaining pearls and set me free? I can make it worth your while. Ziel abgeschlossen. Durchsuche das zerborstene Schiff. Befreie den Captain. Der Captain, der Dutchman, wurde von Davy-Jones dafür bestraft, dass er die Wahrheit des Mythos beweisen wollte. Es scheint, als könnte der Kapitän mir noch immer helfen, wenn ich Davys Fluch breche. Um das zu erreichen, benötige ich alle Perlen und einen Griff. Super. Perle, Perle, Perle. Ähm, wir haben da ein Wimmelbild, ich habe es schon gesehen, aber ein paar Teile der Schallplatten fehlen. Achso, hier. Ja, da fehlen ein paar Teile, ist richtig. Hier haben wir einen Stein. Die Dutchman vor dem Zusammenprall. Wirklich beeindruckend. Er sieht glücklich aus. Die ersten Tage auf der Dutchman. Großartiges Wetter. Was haben wir hier? Die Dutchman fliegt davon, 19. April 1903. Ein Forschungsschiff unter dem Kommando von Captain John Barthes ist in die Karibik ausgelaufen, um herauszufinden, ob die alten Mythen der Wahrheit entsprechen. Barthes ist ein namhafter Wissenschaftler, der gemeinsam mit seiner Crew den Legenden um den berühmten Davy Jones, der in vielen Seefahrergeschichten eine Rolle spielt, ein für alle Mal auf den Grund zu gehen. Ja, auf den Grund sind sie fast gegangen, als das Schiff zerbarstet ist, wie auch immer. Also, Wimmelbild, Action, hier geht's wieder los. Tukan-Schädel und Schmetterling. Ähm, Moment. Das war ein Kopf. Schmetterling. Da. Ähm, Kompasse. Oh, das ist ja schon wieder Kompasse. Das hier. Boomerang. Dreizarg, Harpune. Da haben wir die Harpune und Igelfisch. Dreizarg. Ein Igelfisch. Äh, für mich ist das ein Kugelfisch. Aber naja. Öllampe und Messer. Öllampe. Da haben wir das Messer. Öllampe. Ich muss etwas Gift hinzufügen. Wow. In den, in den Kelch nebendran. Ja, da steht Wasser und Gift nebeneinander. Drecks. Ist das ein Witz? So, was haben wir hier? Äh, die Todeskarte. Genau. Nimm da gleich den ganzen Stapel mit. Nicht nur die Todeskarte an und für sich. Tukan-Schädel. Lol. Aha. Was ist denn jetzt hier der Tukan-Schell? Ist das, ich dachte, das ist vielleicht diese Maske hier hinten. Achso, nee, der Vogel ist das ja. Oh Gott. Das ist ja ein Vogel, richtig. Messer. Mit dem Messer können wir eigentlich da draußen, hoffe ich mal, das Ding aufstemmen jetzt endlich. Ach, ja super. Und kriegen. Was? Meins? Willst du mich verarschen? Verflexte Möwe. Ich muss sie finden und meine Perle zurückbekommen. Der hat sie doch nicht mehr alle. Was soll denn das? Hol das Gewehr raus. Los. Habe ich hier was zum drunterlegen? Ach, die Zeitung, ja. Ich könnte jetzt die Zeitung hier drunterlegen und dann, genau, bloß nicht aufhalten. Schön ganz dick drin lassen. Zeitung nehmen, Schlüssel nehmen. Zeitung brauchen wir nicht mehr. Ist ein bisschen unrealistisch manchmal, das Spiel, ja. Oh, jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt. Was ist denn das? Trophäenzimmer. Da bekommen wir also eine der Trophäen. Es ist viel zu dunkel. Dafür haben wir hier Laterne. Zing. Vor allem ist alles hell. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Nee. Und dann brauchen wir noch drei Stück. Drei Gartenteile. Nein. Ich will nicht. Hier fehlt eine. Eine Trophäenhalterung fehlt. Trophäen aus Raubfischköpfen. Geschmackvoll oder schrecklich? Eher Letzteres. Gut. Da wir ja sonst nichts einklicken können, werden wir bimmeln. Gummistiefel, Schildkröte und... Was? Tintenfisch. Was? Tintenfisch. Gummistiefel, Schildkröte. Seestern brauchen wir nicht. Nee, schade. Hätte sein können. Das sind Gummihandschuhe. Da ist ein Gummistiefel. Schildkröte. Handschuh, Seeteufel, Schlange. Handschuh, Seeteufel. Was ist denn Seeteufel? Das war der Wal. Das war Krokodil. Und das ist die Muschel. Dreizack. Schlange und Seeteufel. Schlange. Schlange? Wo ist denn die? Was ist denn Seeteufel? Okay, das. Aber wo ist die Schlange? Schlange, 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 Schlange. Wo sind die? Ach hier. Konserviert. Oh lol. Das war es noch gar nicht. Haken und Ruder. Ich war jetzt so fixiert und dachte, das ist fertig. Und Ruder. Das ist zwar ein Paddel für mich, aber naja. Wir haben einen Kelch bekommen. Keine Trophäe. Das ist so eine Trophäe. So, und jetzt war hier doch irgendwo ein Bild da. Also der hier, das hier. Ja, das merke ich mir eh nicht. Die kommt da hin. Der kommt da hin. Ich glaube, der kam da. Kann das sein? Also die beiden passen. Doch, hat gepasst. Was? Wenn ich hier die Trophäen mache, geht da eine Klappe auf. Was? Ihr wollt mich doch verarschen. Oh, jetzt muss ich die Bücher sortieren. Das passt nicht ganz. Zack, 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 zack. Nee, Quatsch. Jetzt müssen die zwei Dinger hier noch da rein. Nein. Das sieht schon besser aus. Nein! Fuck! Hier! Ah! Puh! Und wir bekommen einen Hebel. Mit diesem Hebel können wir das hier jetzt vielleicht machen. Ja! Aber was macht das? Puh! Was? Der Leiter? Ehrlich? Er stelle einen Entgegenstand. Eins, zwei, drei. Ich dachte, wir kommen jetzt die Pistole. Nichts war es wieder. Ein paar Schallplattenstücke. Zerbrochene Schallplatte. Das ist die Möwe, die meine Perle gestohlen hat. Ich muss sie verscheuchen. Ja, dann nimm doch hier die Leuchtschusspistole. Stein. Nein. Warum denn immer nicht, dass er ist? Das ist doch unmöglich. Warum nimmt er nicht einfach hier? Achso, da haben wir auch noch was. Acht und... Ich dachte, da hat nur eine Zahl gefehlt. Oh nein! Wir gehen erstmal... Nee, in die Kajüte. Und da ist ein Wimmelbild wieder. Aber er kriegt erstmal eine seiner Perlen. Bitte! Ach, der will gar nicht mit uns reden. Hm. Dann... Wimmeln wir halt. Afrikanische Maske. Sternenkarte. Runenwürfel. Und Schriftrolle und Fernrohr. Ähm... Flöte. Die Voodoo-Puppe. Krone. Krone. Eine Hand. Ein Buch. Gottheit. Dann das Vergrößerungsglas. Das ging ja einfach. Und wir haben einen Wappen bekommen. Mit diesem Wappen machen wir gleich irgendwas. Aber wir tun jetzt erstmal die Schaltplatte hier. Reconstruation. Oh lol. Jetzt kann ich die auch noch drehen. Ehrlich? Wo soll ich denn jetzt wissen, was die richtige Dingens hier ist? Oh fuck. Das wird super lustig. Ich würde sagen, das gehört so vielleicht irgendwie. Da steht auch irgendeine Nummer drauf. So. Das. So vielleicht. Da hätten wir noch ein Loch. Gut. Was passt denn jetzt hier rein? Nein. Das schon mal nicht. Das hier aber. Da. Nein. Ich will doch weiter dieses Superspiel machen. Vielleicht hier. Okay. Ich kann es nicht mehr bewegen. Also wahrscheinlich. Das hier. Das kommt da hin. Na. Und das hier hin. War doch einfacher als gedacht. Hätte ich gar nicht gedacht. Was? Wie bitte? Das ist doch nicht euer Ernst. Hier braucht man etwas anderes. Achso. Ja. Dann kommt die Perle halt hier rein. Dann fehlt uns noch eine und zwei insgesamt. Ist ein bisschen voll an den Haaren herbeigezogen, ey. Oh Gott. Wir gehen nach draußen und werden uns erst diesem Spiel hier widmen. Die. Na. Die vier. Und die acht. Sieben. Ja, aber wohin? Achso. Um den Koffer zu öffnen, muss ich die runden Token so in die Vertiefung einsetzen, dass die Summe der Zahl auf die ange... Was? Also ich könnte jetzt hier machen... Eins, zwei... Null. Quatsch. Vier. Was? Was ist denn das für ein Rätsel? Dreizehn. Also machen wir erst mal null. Acht. Da. Dann sind wir bei... Elf gewesen und dreizehn. Einzwanzig. Zack. Dann sind wir hier bei... Ähm. Fünfzehn. Einzwanzig. Was ist denn das für ein Spiel? Äh. Das waren einzwanzig. Sechstundzwanzig. Eine Perle und ein Tuch. Nein? Na gut. Dann halt ich. Was haben wir denn hier? Mundharmonika. Die sehe ich schon. Flachmann und Gehstock. Flachmann? Den haben wir noch gar nichts sehen. Gehstock. Okay, das war das Korsett. Ähm. Revolver. Da ist der Flachmann. Ähm. Eidechse. Sanduhr. Schloss. Löffel habe ich auch irgendwann gesehen. Hier. Schal und Hut. Schal und Hut. Da ist der Gehstock. Dann noch der Pinsel. Da. Und dann haben wir das auch geschafft. Und noch ein Kartenteil bekommen. Das Kartenteil. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wo war denn das mit der Karte? Biblio. Nein. Nein. War das in der Kapitätskajüte auch? Ne. Mach mal gleich. Der kriegt erstmal seine nächste Perle. So. Dann fehlt nur noch ein etwas. Ein Griff für den Dolch. Äh. Messe. Ne. Hier können wir nur wimmeln. Mir soll das recht sein. Aber wo war denn das mit den Kartenzeugs? Hm. Da müssen wir uns gleich drum kümmern. Also. Aschenbecher servierte. Servierte. Aschenbecher. Knochen. Was? Knochen? Zählt auch ein Kiefer? Ne. Das ist Kippis. Da ist der Knochen. Einen Korken. Einen Pilz. War das? Ähm. Keks. Pfeife. Das ist kein Pfeife. Das ist... Naja. Gut. Guck mal drauf an, wie man es jetzt definiert. Das ist der Frosch. Ein Füller. Und hier. Korken. Spirale. Zucker. Zucker. Korken. Und die Spirale. Wo ist die? Spirale. Spirale. Äh. Da. Spirale. Und noch ein Kartenteil. Aber wo mussten wir denn das einsetzen? Bei ihm schon mal? Nicht. Dann bleibt der... Achso. Ne. Ausgucken. Quatsch. In der Bibliothek. War es nicht. Draußen. Können wir auch nichts mehr machen. Trophäenzimmer. Das muss ja hier gewesen sein. Ach da. Hm. Ist aber trotzdem ein Problem. Weil es fehlt noch ein Teil. Hier fehlt auch noch was für die Trophäenhalterung. Jetzt ist... Ist hier vielleicht irgendwo was? Ach nö. Da rein holst du ja immer nicht. Also Messe. Da waren wir schon. Hier. Was kommt mir denn hier? Nach dem Zusammenprall übernahm die tropische Vegetation das Schiff. Mhm. Kann ich nicht mit dir quatschen? Find die restlichen Perlen. Und setz mich frei. Bitte. Ich... Dir fehlt nur noch so ein Ding. So ein... Na. Du weißt schon. Das hatten wir auch schon. Also in der Kapitänskajüte ist das eigentlich nett. Bibliothek. Haben wir hier noch irgendwas? Das sind die Bilder. Ja. Aber. Die hatte ich ja schon alle. Das hatten wir auch schon. Ähm. Ich bin etwas... ...überfragt gerade. Uns fehlt noch ein Dolchgriff. Wir haben ein Wappen. Wo... Wo... Wo brauche ich denn das Wappen? Ja sicher. Jetzt auf einmal liegt da das Stück drin. Willst du mich verarschen? Hä? Seit wann liegt da das Stück drin? Das lag gerade eben noch nicht drin. Ach. Ich bin ja schon wieder falsch. Trophäenzimmer. Hier. Und ein super Wimmelbild. Das ist ein Minigame. Die Teile der Karte sind durcheinander gewürfelt. Ich muss zwei Teile gleichzeitig auswählen, um ihre Plätze zu tauschen. Oh nein. Ja. Die Frage ist denn, welche liegen denn jetzt... Welche sind denn richtig? Achso. Das sind Eckstücke hier. Gut. Das macht es dann doch ein bisschen einfacher. Ähm. Dahin. 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 Geht denn nur noch das hier? Ähm. Ja. War leichter als gedacht. Und wir können hier gleich wieder wimmeln. Man muss schon sagen, es ist ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja. So ein bisschen... Oh. Das war das Fernrohr. Äh. Wann die Wimmelbildspiele auftauchen. Habunen Handkanone. Also Fischgräten. Haben wir hier einen Eckzahn. Griffboje. Karte. Karte. Hier haben wir eine Zeichnung. Hammerhai. Ähm. Glocke. Glocke. Oh je. Ähm. Da ist der Griff. Jetzt nochmal gucken. Land- Landungsstieg. Eckzahn. Wie bitte? Hier haben wir eine Trophäenhalterung. Äh. Wir brauchen jetzt noch... Mal kurz gucken. Wir brauchen noch... Landungsstieg, Eckzahn, Pinguin. Pinguin hab ich doch gesehen. Hier. Der ist doch ganz riesig. Landungsstieg. Und? Ähm. Eckzahn. Landungsstieg und Eckzahn. What the fuck? Landungsstieg. Das war ein Kescher. W-w-w-w-was? Am besten gar nicht. Nee. Nee. Jetzt nur noch die Frage für mich. Ach, da ist so der Eckzahn. Ganz offensichtlich. Landungsstieg. Ihr habt schon ziemlich drauf manchmal. Ein mumifizierter Kopf fehlt. Ja, natürlich fehlt er da. Die Frage, die ich mir jetzt hier nur stelle. Hatten wir überhaupt noch eine Perle? Bei dem Typen? Wir hatten doch schon alles, oder? Da, weil... Wir haben noch sämtliche Dinger hier. Ach so, lol. Ich brauche erst den Griff und daraufhin dann die, ähm... Na? Ach, hier bist du schon. Kann ich die Perle einsetzen? Ach, da war das mit dem Watten. Gott. Da ist der Kopf. Mit dem Kopf. Gehen wir nach oben. Ins Trophäenzimmer. Dann kommt hier der Kopf hin. Dann haben wir hier den Griff. Zufälligerweise hängt ja alles so. Es ist total logisch, dass jetzt da der Griff drin ist. So, den können wir natürlich reinschrauben. Und dann kriegt er hier seine Perle, seine letzte. Und dann... Ich bin frei. At last. So lange, Davy Jones. So lange, verdammte Kurs. So lange, mortal Blaine. Danke. Take this map with coordinates. It will guide you home. So, we both can finally rest. Ziele abgeschlossen. Befreie den Käpt'n. Das hatten wir. Jawohl. Finde die Karte nach Hause. Hätten wir somit auch getan. Und dann... Bitteschön. Hallo. Hier. Karte nach Hause. Finde die Karte nach Hause. We set off again, hoping for a safe trip without any surprises. The ship was firmly heading toward the place where everything started. And after a long journey. Mom. We did it. We made it home. Und das war's jetzt endgültig mit dem Grauen aus der Tiefe. Wir haben's überlebt, ja. Wir haben das Bonus-Kapitel noch überstanden. Wie gesagt, also, die Wimmelbild-Spiele darf man ja eigentlich gar nicht so ernst nehmen. Die sind sehr an den Haaren herbeigezogen teilweise, wie jetzt und wo diese Wimmelbilder dann auftauchen. Wobei, ich fand das hier schon sehr schlimm. Ich hab schon einige gesehen, einige Wimmelbild-Spiele. Und da fand ich's jetzt bei dem hier schon ein bisschen teilweise sehr an den Haaren herbeigezogen. Wo die Wimmelbilder auftauchen. Das ist jetzt nicht so, dass es direkt auf den Weg liegt. Aber, wie gesagt, man darf sich da drüber ja eigentlich nicht aufregen. Weil es sind Wimmelbilder und die haben einen ganz anderen Fokus, ne. Man soll dort wimmeln und nicht irgendwie nach Logik in dem Spiel suchen. Das war's jetzt auch komplett mit diesem Let's Play. Wir sehen uns bei etwaigen weiteren Projekten. Keine Ahnung, was noch so kommt. Jetzt dann irgendwann, ich bin da noch voll nicht verplant. Ich hab da keine Ahnung. Ihr könnt euch überraschen lassen. Und ich lass mich auch überraschen, was mich überkommt. Welches Spiel ich aus meiner Sammlung denn jetzt dann zocken wollen würde. Und da sehen wir uns bei anderen Let's Plays. Oder, wenn's hier wieder weitergeht. Mit dem Grauen aus der Tiefe. Denn das war ja auch erst der erste Teil. Es gibt noch einen zweiten Teil. Aber der wird nicht direkt hinterher kommen. Sondern, lass mal schon gemächlich, ne. Lass mal ein bisschen Zeit vergehen. Und dann kommt irgendwann mal der zweite Teil dazu. Das war's jetzt aber endgültig. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem Ganzen hier. Und sag dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.